Paleo Hacks, Folge Nr. 50. In eigener Sache. Jubiläumsaktion und Erscheinungshäufigkeit. Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Ja, hallo und herzlich willkommen zu Episode 50 des Paleo Hacks Podcast. Dem Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Ja, so habe ich am 17. März 2017 meinen Podcast gestartet. Mit damals vier Episoden, meiner Nuller-Episode und drei ersten Episoden. Und seitdem ist jede Menge Wasser den Rhein runtergeflossen. Mit anderen Worten, ich habe sehr, sehr viel Zeit investiert, sehr viel Podcast-Episoden produziert, sehr viele Outtakes produziert, sehr viel abgebrochen, sehr viel verhunzt und neu aufgenommen. So viel Zeit investiert in meine 50. Episode oder in 50 Episoden insgesamt. Und damit mehr als 11.000 Downloads, mehr als 300 regelmäßige Hörer aus mehr als 30 Ländern erzeugt. Ja, ich denke, das kann sich sehen lassen. Es gibt natürlich viel, viel, viel bessere da draußen. Menschen, die schon eine Million Downloads und mehr haben. Aber es gibt auch jede Menge viel schlechtere Podcasts da draußen, die vor sich hin krebsen. Also, ich sehe mich da auf dem richtigen Weg und ich danke dir für deine Zeit. Dafür, dass du die ganze Zeit bei der Stange geblieben bist, konsequent zugehört hast, umgesetzt hast und hoffentlich deine Ziele erreichen konntest. Ja, wie geht es jetzt weiter? Ab Juni gibt es wöchentlich ein Interview, bestehend aus zwei Teilen, die dann maximal 30 Minuten lang sein werden. Vielleicht 35 Minuten. Und zusätzlich werde ich montags eine Solo-Episode veröffentlichen. In den Solo-Episoden werde ich etwas komplexere Themen besprechen mit dir. Wir werden etwas tiefer eintauchen in das Thema gesunde Ernährung, Palioernährung, alles, was so dazugehört. Und in den Interviews, die werde ich mittwochs und donnerstags jeweils veröffentlichen. Also mittwochs ein Teil und Teil zwei dann donnerstags. Da werden wir etwas mehr uns beschäftigen mit Menschen, die Dinge zu sagen haben und Dinge beizutragen haben, von denen ich nicht so viel verstehe. Weil es macht ja keinen Sinn, jemanden einzuladen, der genau das Gleiche macht wie ich. Zusätzlich gibt es unregelmäßig spezielle Folgen aus den Bereichen Q&A, Off-Topic, Buchtipp, Produkttipp und Hättest du gewusst. Diese werden dann meist samstags erscheinen, sodass du an drei Tagen mindestens etwas von mir auf die Ohren bekommst. Ja, und wen werde ich dann demnächst so im Interview haben? Bisher hatte ich ja Yvonne Reichel von getwildfit.de und meinen Ausbilder Jens Frese von der Deutschen Trainerakademie im Interview. Und morgen, am 24.05., denn jetzt, wenn du das gerade frisch hörst, ist der 23. Mai, da wird mein geschätzter Kollege Felix Olschewski von Urgeschmack zu Gast in meiner Show sein. Ab nächster Woche stelle ich dir dann regelmäßig neue Gäste vor, die dich ganz sicher inspirieren werden. Zum Beispiel Verena Fassbender, Gelenkliebe-Coach, Emanuel Bolander von der Barefoot Academy, Sarah Czernigow von No Time To Eat, Andrea Schotruch, Yoga- und Fitnesscoach, Sascha Fast von MeImproved, André Töne von The Good Life Show und viele, viele mehr. Du darfst also gespannt sein. Ja, und normalerweise erhält das Geburtstagskind ja die Geschenke, aber in der digitalisierten Welt laufen die Uhren oftmals andersherum, sodass ich dir, dir persönlich heute eine kleine Besonderheit ankündigen darf. Eine Jubiläumsaktion quasi. Denn wie du bestimmt weißt, bin ich ja ein großer Fan von gesundem Wasser und von Wasserfiltern und habe genau aus diesem Grund mit der Firma Acala eine Partnerschaft geschlossen, die es mir ermöglicht, dir als meinem Zuhörer ganz besonders gute Preise anzubieten. In der Regel bekommen meine Hörer, wenn sie noch kein Kunde der Firma Acala sind, 10% Rabatt auf ihren ersten Einkauf im Online-Shop. Aber als die Firma Acala von meinem Jubiläum erfuhr, da bot sie mir ganz spontan einen einmaligen Sonderrabatt von 15% für meine Hörer an, wenn diese Neukunden sind. Und zwar für einen Zeitraum von 25 Tagen. Für dich bedeutet das, dass du ab heute bis einschließlich 16. Juni 2017 15% Rabatt auf deinen gesamten Einkauf bei Acala erhältst, wenn du den Gutscheincode PALEO15 verwendest. PALEO15. P-A-L-E-O-1-5. Das ist der Code, den du brauchst, um dir diesen Rabatt zu sichern. Der Gutschein kann nur einmal verwendet werden und er gilt nur für Neukunden und natürlich gilt er nicht bei Amazon oder irgendwelchen anderen Online-Händlern, die Acala-Produkte verkaufen, sondern ausschließlich in den Acala-Online-Shops. Die Links packe ich dir in die Shownotes. Den Code jedoch nicht, denn ich darf dir diesen nicht öffentlich auf meine Seite packen, da es ein spezielles Angebot für die Hörer meines Podcasts und die Abonnenten meines PALEO Newsletters ist. Ja, noch ein Hinweis zu meinem Podcast. Wenn dir mein Podcast gefällt und wenn du mehr davon hören willst, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir ein paar Minuten deiner Zeit schenken und den Podcast bei iTunes bewerten könntest. Das hilft mir ungemein weiter, denn iTunes promotet leider nur solche Podcasts, die regelmäßig gute Bewertungen erhalten. Für iTunes ist das nämlich ein Signal, dass ein größeres Publikum davon erfahren sollte. Und somit rankt mein Podcast automatisch besser und wird häufiger von Menschen gesehen, die meinen Podcast bisher eben noch nicht kennen. Um dir bei der Bewertung zu helfen, habe ich eine Seite erstellt, auf der ich dir Schritt für Schritt erkläre, wie du eine Bewertung und eine Rezension hinterlassen kannst. Du findest den Link ebenfalls in den Shownotes. Kennst du bereits meine Fanpage auf Facebook? Hier findest du nämlich alle wichtigen Informationen über Palio-Hacks, meinen Podcast und vieles mehr. Hier veröffentliche ich ab Juni auch wieder regelmäßig kurze Videoclips mit meinen besten Hacks rund um die Palio-Ernährung. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn du mir ein Like schenkst. Denn dadurch werden mehr Menschen auf meine Seite und auf meinen Podcast aufmerksam. Zu guter Letzt noch ein Tipp. Ich habe ein kleines E-Book geschrieben, in dem ich dir meine 10 besten Tricks verrate, die deine Hose rutschen lassen. Ich schenke es allen Hörern, die sich in meinen Verteiler eintragen. Zusätzlich erhältst du viele wertvolle Tipps von mir, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Solltest du noch Fragen haben, schick mir bitte eine Mail an sascha.paleohacks.com Ansonsten freue ich mich auf die nächsten 50 Folgen und darauf, dass du auch weiterhin mit dabei bist. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Treue, viel Gesundheit und bis zum nächsten Mal bei Episode 51. Bleib dran. Bis dahin, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann erzähle deinen Freunden davon und leite ihnen den Link zum Podcast weiter. Ich freue mich, dich bei einer der nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.